Die Kassenärztliche Vereinigung zusammen mit einer Fuchshochschule haben mich gebeten, einen Vortrag über verschiedene Erschöpfungssyndrome zu halten. Dem bin ich gerne nachgekommen. Aber naturgemäß konnten die Menschen, die es besonders betrifft, daran nicht teilnehmen. Deswegen wiederhole ich das noch einmal in einer öffentlichen Form. Noch ein kleiner Tipp. Das Video ist relativ lang. Wenn Sie sehr erschöpft sind, wird es Ihnen schwierig sein, das Ganze ein Stück anzusehen. Deswegen machen Sie Pausen. Sie können einfach nur die Augen schließen und einmal nachdenken. Was habe ich eigentlich gehört? Was habe ich verstanden? Oder noch besser, Sie dehnen sich dabei. Entweder aufstehen, einmal kräftig durchdehnen oder zur Not auch im Liegen. Und dann wieder weitersehen. Es geht also um CFS, Post-Covid und andere Erschöpfungssyndrome. Und wir wollen schauen eher grundsätzlich, was haben die gemeinsam, was haben Menschen darüber gedacht im Laufe der Zeit. Wir fangen historisch an. Die alten Griechen, so beginnt man so einen Vortrag immer, haben das schon gekannt, schon Hippokrates. Und zwar Hippokrates von Coos sagte, solche Erschöpfungssyndrome, die beruhen auf dem Ungleichgewicht der vier Säfte. Haben Sie vielleicht schon mal gehört, die schwarze Galle zum Beispiel. Und er hat empfohlen, Wärme und Trockenheit. Na ja, das würden vielleicht viele Menschen heute auch noch sagen. Ein paar Jahrhunderte später sagte Galen, schon ein bisschen moderner, ebenfalls Säftemischung, Er hat gedacht, es könnte an der Energieproduktion und den verschiedenen Körperfunktionen liegen. Vielleicht erinnern Sie sich, aktuelle Diskussionen, was machen die Mitochondrien, ist gar nicht so weit entfernt. Und die Therapie ebenfalls, Diät, Bäder, Massagen. Da würde man nicht widersprechen. Wir machen einen großen Sprung zu einem Herrn, den Herrn George Miller-Bird. Den kennen Sie wahrscheinlich nicht, aber Sie kennen die Begrifflichkeit, die er geprägt hat, nämlich die Neurasthenie. Er hat versucht, das eher organisch zu erklären. Die Symptome, wieder die gleichen, Erschöpfung, Angst, Schmerzen, Abgeschlagenheit, Schlafstörung und so weiter. Und ebenfalls recht modern, er hat das auf Überarbeitung und Stress zurückgeführt. Und wiederum die Therapie, Diät, Bäder, Massagen und eine Hightech-Therapie. Das war damals das allermodernste Elektrotherapie. Die Neurasthenie hat Einzug gefunden, in den aktuellen ICD-Code unter F48.0. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Und auch im neuen ICD-11 kommt die Neurasthenie in anderer Form, aber letztendlich mit den gleichen Inhalten vor. Etwas spaßig, die Formulierung ebenfalls Anfang des 19. Jahrhunderts. Raste nie, doch haste nie, sonst haste die Neurasthenie. Da ist aber schon was Wahres dran, nämlich diese Mischung nicht zu viel zu machen und gleichzeitig nicht zu wenig zu machen. Und dieses Dilemma, dem werden wir gleich nochmal begegnen. Sigmund Freud hat zu vielen Dingen etwas gesagt bezüglich dieser Erschöpfung-Syndrome. Da hat er einen bisschen problematischen Aspekt hineingebracht. Er hat vor allen Dingen das als Konversion bezeichnet. Er sagte, primär ist der seelische Konflikt und der verschiebt sich irgendwie oder untertunnelt in das Körperliche. Viele Menschen haben sich dann aber nicht so gut verstanden gefühlt von dieser Interpretation. Bei mir schiebt man alles auf die Psyche, so ein häufiger Satz. Das Körperliche oder die körperliche Empfindung wird aus deren Sicht nicht richtig gewertschätzt. Otto Binswanger kennen Sie möglicherweise auch nicht. Ein Schweizer Psychiater. Er hat ein ganzes Buch geschrieben über das Thema Neurasthenie. Wiederum die gleichen Symptome. Auch hat er auf diese ähnlichen Therapien hingewiesen, auf Stress als Auslöser und hat nochmal die besondere Vulnerabilität von bestimmten Menschen hervorgehoben. Es gibt viele, viele ähnliche Symptome, die immer wieder hat sich die Begrifflichkeit gewandelt. Eine atypische Poliomyelitis wurde geprägt. Es gab eine Zeit lang, da gab es am Lake Tahoe in Amerika in Amerika, da gab es ähnlichen Ausbruch von solchen Beschwerden. Man dachte, es könnte irgendeine Vergiftung sein. Beim sogenannten Golf-Rohr-Syndrom, da haben viele Soldaten unter diesem wahnsinnigen Stress eine Reihe von funktionellen Beschwerden entwickelt, die als körperlich erstmal vermutet wurden, aber wahrscheinlich funktionell sind. Als verschleppte Grippe kennen Sie das vielleicht oder vielleicht spätestens sogenannte Havanna-Syndrom, da haben Menschen in der Botschaft von Havanna plötzlich verschiedene funktionelle Beschwerden bekommen. Man hat es auf Strahlen irgendwie zurückgeführt. Vielleicht stimmt es, vielleicht stimmt, wir wissen es nicht. Es gab dann die Vorstellung des Begriffs Chronic Fatigue-Syndrom. Das war 1988, wiederum eine neue Bezeichnung für letztendlich ein altes Phänomen. Und da gibt es eine feine Unterscheidung. Im englischen Sprachraum wird von ME-CFS gesprochen. Und ME steht für myalgische Encephalomyelitis. Das ist ein problematischer Begriff, weil die Encephalomyelitis ist eigentlich bei uns in Deutschland gleichbedeutend mit der MS, also der Encephalomyelitis Disseminata. Aber beim CFS gibt es keine Entzündung im Nervensystem. Und das ist für die Betroffenen wichtig, dass da nichts Strukturelles geschädigt ist, zumindest keine groben Auffälligkeiten da sind, so weit wir wissen. Verschlüsselt wurde das CFS im ICD-10 anfänglich unter F48.0, also die gleiche Zephal wie die Neurosthenie. Später ist man auf G93.3, postvirale Erschöpfungssyndrome und Ähnliches, übergegangen. Im ICD-11 ist es ebenfalls unter diesen sonstigen Erkrankungen des Gehirns subsummiert. Was ist jetzt CFS? Das ist gar nicht so einfach. Man hat jetzt eigentlich, da man keine strukturellen Auffälligkeiten gefunden hat oder keine wesentlichen, hat man eine Reihe von Diagnosekriterien zusammengestellt, zum Beispiel die kanadischen Diagnosekriterien, die Sie hier finden. Es sind immer wieder die gleichen, die letztendlich schon bei Hippokrates aufgetreten sind. Es gibt verschiedene Zusammenstellungen, die Sie nachlesen können und immer wieder kommt ein ganz wichtiges Kriterium, dieser Post-Exertional Malaise, also die Erschöpfung im Anschluss an die Anstrengung. Wir wissen, dass etwa 0,1 bis 0,7 Prozent der Bevölkerung betroffen sind, der größte Teil nur mild, einige dann schwer oder sogar sehr schwer, die dann bettlägerig und pflegebedürflich sind. Eine andere Skala ist die Bell-Skala. Auch da versucht man zu beschreiben, welche Art von Einschränkung liegt denn eigentlich vor. Häufig tritt CFS nach Infekten auf. Runaviren, Enteroviren, Epstein-Barr-Viren, Lyme-Borreliose und viele andere mehr. Und nicht selten tritt es in einer Stresssituation auf. Es gibt keinen einzigen beweisenden Labortest, Sie können nicht Blut abnehmen und sagen, ja, ich habe CFS, sondern man versucht es aus den Symptomen abzuleiten und Sie müssen natürlich auch andere Erkrankungen ausschließen, die ebenfalls Erschöpfung machen. Denn Erschöpfung ist ein sehr, sehr allgemeines Symptom. Beim Long-Post-Covid-Syndrom, das ist also das Erschöpfungssyndrom, das nicht nach irgendeinem Effekt, sondern nach Coronaviren auftritt, da spricht man, dass es mindestens drei Monate nach der Infektion auftritt. Wenn es ein halbes Jahr später auftritt, ist es das nicht. Und Long-Covid heißt mindestens zwei Monate, Post-Covid mehr als drei Monate andauernd. Das ist ein bisschen eine dumme Bezeichnung, weil man würde sich das andersherum vorstellen. Hier nochmal die typischen Symptome von Long- oder Post-Covid. Es sind wiederum ähnliche Symptome, die Sie schon kennengelernt haben. Ausnahme, Geruchs- und Geschmacksverlust. Und das ist eben Zeichen dafür, dass da etwas Organisches verändert ist. Das fällt aus dieser Reihe der funktionellen Beschwerden heraus. Die Häufigkeit, große, große Unterschiede in der Schätzung, nach dem Robert-Koch-Institut zwischen 6 und 15 Prozent im Anschluss an Covid-19. Etwas weniger im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit ist das Post-Sepsis-Syndrom. Eine Sepsis, eine Blutvergiftung, ist eine der schwersten Entzündungen, die wir haben können. Da ist die Organgrenze überschritten, dass das Blut selbst entzündet und verteilt sich diese Entzündung im gesamten Körper. Hat eine hohe Sterblichkeit und hat ebenfalls Folgen für die Zeit danach. Nach eben abgeschlagenen Müdigkeit, Erschöpfung und vieles andere hier ein Teil der typischen Beschwerden. Es gibt aber auch andere Erschöpfungen, zum Beispiel Erschöpfungen bei psychischen Erkrankungen. Falls Sie mal nicht so gut drauf waren oder wirklich eine Depression hatten, dann wissen Sie, es ist Ihnen alle Kraft genommen. Sie fühlen sich völlig leer und antriebslos. Ein kleiner Unterschied vielleicht, diese Post-Exorcional Malaise ist da eigentlich nicht so vorhanden. Im Gegenteil, wenn sich Menschen mit einer Depression aufraffen und dann doch etwas tun, dann fühlen die sich hinterher meistens besser. Insofern gibt es schon Unterschiede. Und wenn Sie viele Patienten kennen mit solchen Beschwerden, Sie spüren den Unterschied als erfahrener Psychiater. Erschöpfung bei somatischen Erkrankungen gibt es natürlich genauso. Hier einige Beispiele von körperlichen Erkrankungen, die zu Erschöpfung führen. Die Anämie, die Blutarmut, eine Herzinfizienz, eine Rheumatoide Arthritis, also ein klassisches Gelenkrheuma, die MS, Tumore und, und, und. Letztendlich macht Sie eine schwere Allergie. Total k.o. Hier nochmal weitere Differenzialdiagnosen, die man als Arzt beachten sollte. Jetzt gibt es Erkrankungen, die treten parallel zu Erschöpfungssyndromen vom Typ CFS oder Post-Covid auf. Das sind zum Beispiel fibromyalgische Beschwerden, das sind Schlafstörungen, das sind vielerlei Magen-Darm-Beschwerden und so weiter. Sie sehen, das Ganze ist hochkomplex und die ganzen Beschwerden sind nicht so abgegrenzt voneinander. Man sagt häufig, dass wenn jemand Post-Covid hat und es ganz besonders erschöpft, dann erfüllt er auch noch zusätzlich die Kriterien zum Beispiel für CFS oder für Fibromyalgie, wenn die Schmerzen im Vordergrund sind oder für ein Reizdarmsyndrom oder auch für eine depressive Störung, die sich dann on top auf Post-Covid draufsetzen kann. Also Sie sehen, vielfach verwoben und vernetzt. Wir kommen zur Therapie. Als erstes schauen wir uns die medikamentöse Therapie an. Und dann werden Sie feststellen, es gibt gegen Erschöpfungssyndrome vom Typ CFS oder Post-Covid kein einziges zugelassenes Medikament. Wir haben einen Blick auf die S3-Leitlinie dazu geworfen. Da sagen die, es ist insgesamt enttäuschend. Medikamente sind natürlich sinnvoll, wenn Sie einen Eisenmangel haben. Na, dann sollten Sie substituieren, wie auch sonst. Und wenn Sie einen deutlichen Vitamin-D-Mangel haben, nicht so ein kleines bisschen, man hat an den Normalwerten ein bisschen geschraubt. Bei all diesen Therapien gibt es unvermeidlicherweise einen Placebo-Effekt. Das ist weder gut noch schlecht. Das ist einfach so. Das macht aber die Beurteilung, ob es wirkt, schwieriger. Psychopharmakon, auch da gibt es keine klare Indikation. Es gibt nicht das Psychopharmakon, was indiziert ist dabei. Manchmal wird zum Beispiel Abilify oder Naltrexon empfohlen. Aber bitte, das muss man sehr kritisch sehen. Das sind keine Hustenguzel, sondern das sind Medikamenten mit Nebenwirkungen und eigentlich klaren Indikationen, die von vielen sehr kritisch gesehen werden. Wie sieht es aus mit der Psychotherapie? Häufig abgelehnt von den Betroffenen, weil sie sagen, naja, es ist mehr als nur körperlich. Trotzdem, Verhaltenstherapie ist wirksam. Dazu gibt es Studien, die zeigen, zumindest eine unterstützende, supportive Therapie hat eine Wirkung. Das heißt nicht, dass man hier eine Ursache-Wirkung-Beziehung herstellen muss. Weil du diesen Konflikt mit deiner Mutter hast, hast du jetzt dieses Erschöpfungssyndrom. So einfach ist es ganz sicherlich nicht. Wie sieht es jetzt mit Phytotherapie oder Nahrungsergänzungsmittel aus? Nun, in der langen Zeit, in der wir uns mit dieser Thematik beschäftigen, habe ich, glaube ich, noch nie jemanden gesehen, der nicht zumindest ein paar Vitamine, Phytotherapeutika oder Nahrungsergänzungsmittel eingenommen hätte. Im Gegensatz dazu ist die Evidenz, also die beweisbare Lage, ob das hilft oder nicht, sehr, sehr schlecht. Die meisten Studien, die gemacht wurden, sind entweder mini-klein oder nicht kontrolliert oder von schlechter Qualität. Und dann wird sich auf eine ganz kleine Gruppe gestürzt und sagt, ja, das hat jetzt geholfen. Und wie immer schwingt die Hoffnung mit. Dann gibt es experimentelle Therapien. Solche Immunabsorptionen, haben Sie vielleicht mal gehört, macht relativ viel Furore im Moment. Muss man aber auch sagen, keine Zulassung, unklare Wirkung, nicht wirklich evidenzbasiert und zudem noch teuer. Nochmal zurück zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Da gab es eine sehr umfangreiche Studie mit insgesamt 647 Papers, die untersucht wurden. Auch die sind zum Schluss gekommen. Wirkung ist unsicher, kein wirklicher Beleg für die Wirksamkeit. Viele der Betroffenen sind sehr erschöpft. Was liegt näher als Sport zu empfehlen? Hoch das Bein und Bewegung, das hilft doch Gesunden auch. Die Trainingstherapie führt aber fast immer zur Verschlechterung, zur Post-Exorcional Malaise, kurz PEM. Also die Erschöpfung, die nach dieser Aktivierung kommt. Auf der anderen Seite führt Schonung zur Verschlechterung. Jetzt hat man verschiedene Konzepte entwickelt. Einer nannte sich Graded Exercise Therapy, wo man schrittweise aufgebaut hat. Das hat sich nicht wahnsinnig gut bewährt, weil diese festen Schritte dazu geführt haben, dass man in diese Erschöpfungsreaktionen kam. Pacing ist dagegen ein günstigeres Konzept. Da passt man die individuelle Leistungsfähigkeit an diese Grenze an. Aber woran spüre ich es? Wie kann ich es wahrnehmen, was das richtige Pacing ist? Man muss in sich hineinhören. Die einen überfordern sich, die anderen überschonen sich. Da ist es verdammt schwer, eine eigene Grenze zu finden. Zwischen Überforderung und Überschonung und Nachfolgen der Dekonditionierung liegt oft ein hauchfeines Band. Und das wechselt auch, je nach Zustand, in dem sie sind. Es macht einen großen Unterschied, ob es warm oder kalt ist, ob sie sich freuen oder nicht, ob andere Konflikte noch dazukommen. Also in diesem therapeutischen Band, in diesem therapeutischen Lücke zu arbeiten, das ist nicht einfach. Überforderung kommt meistens nach ein bis zwei Tagen dauern, hat oft eine ähnliche Symptomatik wie das Übertraining. Überschonung führt dann oft zu einem Teufelskreis. Man baut weiter ab und da gibt es dramatische Fälle, die aus lauter Angst vor der Überforderung sich so überschonen, dass sie dann Monate, manchmal Jahre, nur noch im Bett liegen, pflegebedürftig werden, im Dunkeln liegen, sich abschotten und dann immer weiter dekonditionieren. Wir empfehlen, dass man versucht, einen Trainingsbereich zu finden, der zwischen der Überforderung und der Unterforderung liegt. Aber was ich so auf einer Grafik gleich darstellen kann, ist im Alltag oft sehr schwierig. Was bleibt? Traurig, traurig. Es ist gar nicht so einfach, da rauszukommen und es ist eigentlich ein bisschen demoralisierend, wenn man sieht, was ist eigentlich bewiesen. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Worte zu dem Ansatz sagen, den wir verfolgen. Und auch da haben wir die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, aber es gibt Ihnen vielleicht nochmal einen anderen Aspekt und ich finde, eine Möglichkeit, da vielleicht wieder rauszukommen. Beginnen wir ganz klein. Sie haben gesehen, das Ganze spielt in einer Dichotomie zwischen körperlich und seelisch oft ab. Körperlich findet man nicht so wahnsinnig viel und seelisch, ja, da findet man eine vermehrte Sensibilität oft, oft leistungsorientierung, oft Stress, aber die ganze Erklärung ist irgendwie nicht befriedigend. Deswegen glauben wir, es macht Sinn, aus einer Zweiteilung herauszukommen und zumindest in eine Dreiteilung zu kommen. Was wir neu einfügen würden, wäre das vegetative System in einer Eigenständigkeit. Man könnte das analog sehen, wie körperlich für Hardware, seelisch für Software und das vegetative für Betriebssystem. Ihre Milz, Ihre Niere, Ihre Leber, die sind alle gesteuert, aber das macht natürlich nicht Ihre Seele. Das heißt nicht, dass die nichts tun, sondern die ändern dauernd, dauernd, dauernd ihre Funktion, ohne dass Sie was dazu tun. Ihre Seele, die haben Sie erworben. Das heißt, die ist gebildet, geformt über Ihre Kindheit, über Ihre Erfahrung in Ihrem Leben durch die Erfahrung Ihrer Eltern. Das Vegetativum hat eine andere Biografie. Das ist entstanden im Laufe der Evolution. Und jetzt haben Sie verschiedene Regulationen, das Immunsystem, der Muskulatur, der Atmung, des Herzkreislaufes, des Schlafwachrhythmus und so weiter. Und diese Regulationen, die haben immer in sich noch diesen evolutionären Charakter. Die sind immer noch auf dem Hintergrund der Wildnis zu sehen. Nehmen wir ein Beispiel, den Schlafwachrhythmus. Ihnen ist vielleicht schon mal aufgefallen, dass Sie bei Stress nicht so gut schlafen. Das nennen wir dann Schlafstörungen. Jetzt stellen Sie sich vor, wenn das Ganze angeboren ist und Sie wären irgendwo in der Wildnis und Sie würden sehr, sehr gut schlafen, dann wären Sie morgens ziemlich fit und ausgeschlafen für den Tag. Aber höchstwahrscheinlich hätten Sie nicht viel von dem Tag, weil Sie da schon aufgefressen gewesen wären. Das heißt, nachts durchzuschlafen ist bei Stress aus dieser evolutionären Sicht eine Störung. Und nicht zu schlafen ist die Lösung. Das heißt, es ist eben besser, knautschig zu sein als angeknabbert. Und das Ganze kann man jetzt durchdeklinieren für alle Systeme, die letztendlich immer wieder versuchen, in Stresssituationen das zu machen, was im Laufe der vier Millionen Jahren im Kern sinnvoll war. Damit hieße, dass die vegetativen Reaktionen, und das ist eine unserer Kernthese, im Kern kein Defekt sind, sondern ein Schutzreflex. Es ist Absicht. Wenn Sie zum Beispiel Durchfall bekommen, ist das nicht unbedingt ein Defekt. Das kann Absicht sein, weil unsere Vorfahren den letzten Müll gegessen haben. Und da war es eben sinnvoll, den bei Zeiten rauszuwerfen. Jetzt schauen wir uns mal die verschiedenen vegetativen Reaktionen an und versuchen, die mal nach diesen Kriterien zu ordnen. Sie sehen, es gibt eine Vielzahl von scheinbar ungeordneten Beschwerden, die infolge von Erschöpfungssyndromen auftauchen. Wir sortieren die ein bisschen, einmal zum Beispiel in Richtung auf ein Immuncluster. Das Immunsystem ist häufig überaktiv nach so einer Infektion. Man kann sagen, das ist Sicherheit, das ist die Mutter der Porzellankiste. Wir sehen ein Atemmuster mit verschiedenen Atembeschwerden oder die Seuchen, die denn zuzuordnen sind. Wir sehen ein Kreislaufcluster. Wir sehen ein Cluster der Sensibilität, Sensitivierung. Es gibt ein Cluster im Magen-Darm-Bereich und so weiter, kann man das weiter durchdeklinieren. Jetzt, für unsere Fälle scheint uns besonders wichtig, das Kreislauf- und das Atemcluster-Immunsystem ebenfalls. Aber wir beschränken uns mal auf diese beiden. Bei der Atmung geht es sehr stark darum, dass sie in eine Schutzhaltung geht. Die Schutzhaltung der Atmung heißt, sie gehen mehr in die Einatmung. Sie atmen mehr in den Brustkorb ein, sie atmen tendenziell mehr durch den Mund. Sie verlagen ihre Atemregulation nach oben und sie heben den Sauerstoff und senken das CO2. Und da gibt es eine frappierende Parallelität zwischen den Post-Covid-Beschwerden und der chronischen Hyperventilation. Bei der chronischen Hyperventilation wird Sauerstoff erhöht und CO2 gesenkt. Und was das im Einzelnen ist, das würde ich Ihnen empfehlen, mal auf unseren Seiten nachzulesen. Zentral ist also die Absenkung des CO2-Spiegels im Blut. Und das hat Folgen. Einmal werden Sie überempfindlich gegenüber CO2 in der Außenluft. Also, wenn Sie in Räume kommen mit vielen Menschen schlechter Lüftung, das finden Sie furchtbar oder jemand atmet Sie an. Es gibt eine Übererregbarkeit von Nerven und Muskeln, Kribbeln, Missempfindungen, Herzklopfen, innere Anspannung, allgemeine Tonuserhöhung und mit am wichtigsten eine Durchblutungsstörung. Kleine Gefäße werden eng gestellt und jetzt gibt es eine kalte Hände oder Füße. Es gibt eine eingeschränkte Durchblutung der Muskulatur und vor allen Dingen des Gehirns. Benommenheit, Erschöpfung nicht richtig da sein. Sehstörungen, Tinnitus und Kopfdruck. Jetzt werden Sie sagen, CO2, noch nie gemessen worden. Ja, ist auch nicht so einfach, weil wenn Sie das messen wollen, dann können Sie nicht einfach zum Hausarzt gehen und Blut abnehmen. Sie brauchen dafür ein spezielles Gerät, sehr wenig Blut aus einer Kapillare, aus dem Ohrläppchen oder aus dem Finger. Und dann muss das sofort mit so einem Hightech-Wunder untersucht werden. Und dann wird das da eingesaugt, verarbeitet und innerhalb von einer Minute kriegen Sie dann schon das Ergebnis. Und dann wird ausgeworfen das pH, die Sauerstoff, das CO2, verschiedene Elektrolyte und alles Mögliche mehr. Und das gibt dann Hinweise, ob bei Ihnen zum Beispiel so eine Atemstörung vorliegt oder nicht. Der Herz-Kreislauf ist die zweite Sache, die oft beeinträchtigt wird. Und wenn Sie sehr lange liegen oder wenn es Ihnen einmal granatenmäßig schwindelig beim Aufstehen geworden ist, stellt sich so eine posturale Tachycardie häufig ein. Postural heißt lageabhängig, Tachy heißt schnell, Cardio heißt Herz. Das Herzrasen im Stehen und die schwindelnden Benommenheit sind die zentralen Beschwerden bei der posturalen Tachycardie, neben Erschöpfung und vielen anderen Dingen auch. Und weil das so wahnsinnig unangenehm ist, dann bleiben die Betroffenen oft liegen, trauen sich nicht den Kopf zu heben, was natürlich die ganze Angelegenheit nicht besser macht. Wir haben jetzt versucht, unter diesem Aspekt nicht das Körperliche, nicht das Seelische, sondern das Funktionelle zu trainieren. Das machen wir jeden Tag bei uns in der Praxis. Aber wir haben es auch versucht, online zu machen. Das war ein Projekt im Zusammenhang mit der Sportmedizin Mainz und einer Berufsgenossenschaft. Und da haben Patienten ein zwölfwöchiges Programm durchlaufen, bei denen sie versucht haben, dieses Vegetativum wieder zu trainieren. Jeden Tag mindestens eine Stunde. Dazu gab es jede Woche eine Unterstützung online. Eine Physiotherapeutin hat mit ihnen online gearbeitet. Es gab die Selbsthilfe mit verschiedenen Apps. Zentral war das Atem-Bio-Feedback, bei dem sie versucht haben, zu sehen mit einem Hilfe eines Gerätes, wie ist denn eigentlich mein CO2-Spiegel. Und dann langsamer Trainingsaufbau mit Stehtraining und diesem Wechsel von Liegen zu sitzen. Dazu noch Entspannung und Informationen und verschiedenes anderes. Viele Medien haben das unterstützt. Online-Medien haben ja nur online gearbeitet. Wir haben die Patienten nie persönlich gesehen. Und bei diesen Geräten, die wir gegeben haben, da konnte man das eben selbst lernen, wie man das misst, um den eigenen CO2-Spiegel zu messen und zu schauen, wie kriege ich diesen blöden Wert wieder hoch. Gar nicht so einfach. Dann gab es ein sehr wichtiges Training in so einem Rhythmus von 30 Sekunden zu 30 Sekunden. Das hat vor allen Dingen die Sportmedizin in Mainz entwickelt. Sehr hilfreich. Und das haben wir dann durchgezogen in kleinsten Stufen. Das Bewegungstraining beginnt vielleicht nur damit, dass Sie einen Arm heben am Anfang oder beide Arme und so weiter. Und hat sich dann immer weiter gesteigert. Entspannungsübungen, Achtsamkeitsübungen, progressive Muskelrelaxation, autogenes Training, das waren alles so weiter ergänzende Methoden. Was kam bei raus nach zwölf Wochen? Wir haben die Ergebnisse auch dem Longen-Cobus-Kongress 23 in Jena präsentiert und waren eigentlich ziemlich überrascht, wie gut das war. Damit heißt das nicht, dass man anschließend um den Sportplatz wetzt, sondern dass die Erschöpfung besser wird, dass man insgesamt wieder leistungsfähiger wird. Die meisten Betroffenen waren seit zwei Jahren arbeitsunfähig, waren zum großen Teil bettlägerig und haben das Programm aber insgesamt als sehr positiv empfunden. Die meisten haben ihre Fortschritte zwischen drei und sechs auf so einer visuellen Skala empfunden. Die Atmung hat sich verbessert, vor allem die Kurzatmigkeit, diese Seufzeratmung, die Schritte pro Tag wurden mehr. Die Depressivität hat nachgelassen, die Erschöpfung hat nachgelassen. Die Schlafbeeinträchtigung wurde besser und bei der Beurteilung haben die Entspannungsverfahren gut abgeschlossen. Besser hat diese Biofeedback-Methode abgeschnitten. Das Kurzzeittraining, die Atemtherapie und ganz besonders haben die Patienten das Online-Training geschätzt. Wenn Sie das interessiert, können Sie das alles auf unseren Seiten im Detail nachlesen. Was heißt das? Die Betrachtung körperlich, seelisch, auf der einen oder anderen Seite, das halten wir nicht für sehr hilfreich. Das heißt nicht, dass es nicht körperliche Veränderungen gibt. Das heißt nicht, dass es nicht seelische Auffälligkeiten gibt. Die Hauptsymptomatik scheint uns in der vegetativen Regulation verborgen zu sein. Und die sollte man trainieren und sehr viel Aufmerksamkeit darin legen. Wenn man das tut, dann kann man Veränderungen sehen. Sogar bei einem reinen Online-Training, wenn man das real in Präsenz durchführt, sind die Ergebnisse meistens noch besser. So, das wollte ich vermitteln. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich danke für die Aufmerksamkeit.